Prof. Meinel, das Bundeskabinett hat in diesem Jahr das HPI als Tagungsort für die Klausurtagung ausgewählt. Wie kam es dazu? Also waren wir natürlich sehr stolz, weil normalerweise solche Klausuren ja in Schloss Meseberg stattfinden. Für die Finalisierung der KI-Strategien der deutschen Bundesregierung war natürlich HPI ein viel besserer Ort. Also wir haben uns gefreut damit verbunden sein und jetzt bei diesem Digital-Gipfel wird das eine ganz wesentliche Rolle spielen. Es wird erläutert werden, wird diskutiert werden. Also insofern sind wir also nicht nur auf diese Weise dabei, sondern ja auch mit dem tollen Team hier. Unser HPI-Digital-Gipfel-Blocker, sie hinter der Kamera, kann man jetzt gar nicht zeigen. Also das ist schön, dass wir da so präsent sind. Und ist künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht der Schlüssel zur Digitalisierung? Also das ist so eine schöne, zusammengefasste Vision, wohin es geht. Natürlich fängt das viel früher an, nämlich bei der Ausstattung von Infrastrukturen. Wir reden über Breitband, wir reden über die Funklöcher, die weg müssen, wir reden über neuen Mobilfunkstandards, die kommen müssen. Und das hat alles noch nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Aber ohne dieses und auch ohne, dass das Einzug im Bildungswesen hält, in den Unternehmen ist das schon ganz gut angekommen. Aber im Bildungswesen, in der staatlichen Verwaltung, da gibt es noch Riesendefizite. Und natürlich ist das Ziel gut zu benennen und das Ziel ist natürlich bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die ja dann die Potenziale der Digitalisierung voll zur Geltung bringt, ist das gut, das zu formulieren. Und in welchen Forschungsbereichen der künstlichen Intelligenz muss Deutschland neue Wege gehen, um gerade mit China und den USA mitteilen zu können? Also so ein Stück sind wir schon abgehängt. Also es ist höchste Zeit, da jetzt mitzulaufen. Deutschland hat natürlich besonders in den Bereichen Chancen, da auch vorne mitzuspielen, wo es zum Beispiel um die Verbindung dieser neuen Technologien mit traditionellen Industrien geht. Wenn ich da mal an unsere Autoindustrie oder an unseren Maschinenbau denke oder an die chemische Industrie, wenn es gelingt dort, wir haben ja da die Metapher Industrie 4.0, wenn es dort gelingt, die neuen Technologien zu benutzen, um diesen Vorsprung, den wir haben, oder das gute Sending, was wir haben, in diesen traditionellen Bereichen auszubauen und in die neue Welt zu retten, ist das gut. Wäre aber natürlich toll, wenn wir auch in den klassischen Digitaltechnologien, da spielt ja Deutschland nur über SAP mit, wenn wir dort auch stärker vertreten wären. Und ein solcher Bereich wäre ja zum Beispiel Bildung. Das Pilotprojekt der SchulCloud wird noch bis zum Jahr 2021 gefördert. Wie soll es dann weitergehen und wie kann KI eine Schlüsselrolle gerade in der Bildung spielen? Also zunächst einmal sind wir gut, dass hier so die Bundesregierung beherzt ein Projekt aufgesetzt hat, SchulCloud, wo die Schulen des MINT-EC-Netzwerks, also so Elite-Schulen, die in dem Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlich-Technik-Bereich was tun, wo die mal eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt kriegen, nämlich unsere HPI-SchulCloud, sodass sie dann mit digitalen Lerninhalten arbeiten können, wie das früher mit Büchern der Fall war. Im Moment gibt es schon sehr viele Gespräche. Einzelne Schulen kommen und sagen, wir wollen das haben. Bundesländer sagen, Mensch, wir müssen das einführen. Also ich hoffe, dass das nicht bis 2021 dauert, bis da eine große Bewegung draus läuft. Es gibt auch viele Diskussionen, die sagen, Mensch, das ist ja eigentlich Ländersache. Da sage ich, um Gottes Willen, nicht jedes Land eine extra Cloud entwickeln. Cloud ist sowas wie Stromstärke, wie der Stecker, der überall funktioniert. Das ist Infrastruktur. Der Föderalismus, der kann sich entfalten darüber, welche digitalen Lerninhalte über die SchulCloud erreichbar ist. Da können dann sehr viele Differenzierungen stattfinden, können die einzelnen Länder sich ausleben. Aber bei der Infrastruktur, dass ich überhaupt da mit meinem Tablet auf solche Inhalte kommen kann, bei der Sicherheitsarchitektur, die da gebaut wird, da gibt es große Pseudomisierungen, damit das Datenschutzgesetz eingehalten wird. Da braucht es keine Differenzierung geben. Die Differenzierung muss über die Inhalte gehen. Vielen, vielen Dank für das Interview.